Da sind wir wieder in Minecraft. Wir versuchen immer noch einen weiteren Ocelot zu finden, nachdem wir ja endlich wieder zu der Ausgangsposition zurückgefunden haben. Ich werde jetzt einfach öfter mal kurz stehen bleiben, um zu gucken. Die Sonne geht schon wieder unter, ne? Stimmt ja. Da wir was zu Futter brauchen, nehme ich noch ein paar Melonen mit. Die Fische haben auf jeden Fall nicht länger vorgehalten. Verrottet das Fleisch haben wir auch noch ein bisschen, können wir eigentlich auch futtern. Alter, es wird doch dunkel. Okay, es strömt nix rum. Okay. 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 Da ist ja auch noch ein paar Pläne. Oh, komm mal kurz. Okay, hier, komm mal kurz. Das war's. Nichts zu finden. Ich denke mal nach der Folge werde ich das dann noch offscreen versuchen. Wir brauchen jetzt nicht 20 Folgen lang gucken, wie wir hier einen Ozoloten finden. Hm? 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 Scheiße, zu schnell gedreht. Hm? Ja? 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 Komm, putt putt putt. Bleib hier. Ach man, das ist gar nicht so einfach. Ah, eine leichte Drehung und schon haben wir das Vieh verscheucht. Nein, alle Fische weg. Ich jag dem Vieh jetzt hinterher, bis wir beim Wasser irgendwo sind. Einen anderen Fisch haben wir leider nicht mehr dabei. Können wir die nicht angeln? Ups. Shit. Ach man. Hm. War wir das erste Mal mit dem, das Ding irgendwie versaut haben. Jetzt müssen wir wieder angeln, oh man, scheiße. Na komm. Ich denke mal der Ozolot ist eh weg jetzt. Oh man, shit, shit, shit. So kurz davor. Oh man, shit. Oh man. Oh man. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich meine als Angler muss man natürlich Geduld haben, aber nicht so viel Und vielleicht haben wir ja ganz viel Glück und der Ocelot ist noch in der Ecke irgendwo Boah, das dauert aber schon lange Keine Blubberblasen Wir haben auch Glück gehabt, dass wir jetzt immer Fische hatten und keine einen einzigen Gegenstand Ich werfe mal nochmal aus Ich werfe mal aus Langsam ist es aber schon ein bisschen seltsam Komm Vielleicht sollten wir diesmal fünf angeln, vorsichtshalber Scheinbar brauchen die immer exakt vier Also wenn es jetzt blubbert, glaube ich, sehe ich das nicht mehr so wirklich Ein Kugelfisch, okay, wir gehen erstmal schlafen Und dann angeln wir noch einen Fisch Mäu 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 Das war wieder dieser dämliche Fisch, der nicht klappt Nur komm schon Schon wieder Das gibt's doch gar nicht Mäu Mäu Eine Schüssel, okay Mäu Mäu Was war das? Und wo ist es hin? Mäu Ich lege mir erstmal das Bett ab Irgendwas war doch jetzt hier noch Haben wir das jetzt einfach nicht bekommen? Liegt das hier nicht noch irgendwo rum? Das war doch nicht ein Trank, oder? Das ist ja unfair Scheiße Mäu 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 Jut, dann machen wir hier wieder in folgen, Päuschen Spitze, bedanke mich Bis dann Mäu 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 Vielen Dank.